Trimax hat Letz Hugos Einnahmen ein bisschen überschätzt. Keine Ahnung, Hugo verdient jetzt vielleicht so, vielleicht sind es so 20.000 bis 40.000 Euro im Monat. Uuuuuh, ja okay. Das wollte Hugo so nicht stehen lassen und hat deswegen geleakt, was er tatsächlich verdient. Also 40k auf gar keinen Fall, aber 20k in den letzten drei Monaten, ja. Aber ich glaube, das ist der erste Monat, wo es jetzt wieder weniger ist. Weil der ist flacht ab, es geht weiter runter. Ganz wenig ist das aber natürlich trotzdem nicht. Du verdienst mehr als ein deutscher Professor nach mehreren Jahren Ausbildung und zwei Bücher schreiben, du Abgehobener. Ja okay, sorry, dass ich abgehoben bin, weil ich Geld verdiene. Tut mir leid. Ich sage, YouTube, die sollen mir weniger Geld geben. Okay, bin ich dann wieder ein Macher?